Wollt Ja wo bist du denn jetzt Laos? In Polana In Polana Ich bin immer noch am Hafen der Lumbermill wo wir uns letztes mal, wo ich mich jetzt gestern Abend ausgelockt hab Genau Aber ich hab hier grad nen Krag gefunden Ja dann könntest du ja vielleicht so ein geiler Typ sein und mich abholen Ich weiß natürlich nicht ob du so ein geiler Typ bist aber ich glaub schon Komm du hast mich gestern auch entfesselt Ich glaub das lässt sich einrichten Und wir sind schon durch die erste Karte gewandert und konnten uns immer aufeinander verlassen Da täuscht mich nicht Da hab ich mich jetzt verpflichtet damit ich mich zu kurz rumzufallen Ja Tu es, tu es Lass uns wieder eine Reisegruppe bilden Ja da gibt's bei mir um Sex essen Also Was? Ja guck mal du holst mich jetzt ab Und danach hol ich Ja oder warte dann bleib einfach wo du bist Und ich lauf in die Richtung Und ich bring mir Winchester Munition mit Geil ne? Äh ich lauf dann nach Polana Versteck die Karre Geh essen Mach doch was du willst Und dann treffen wir uns gleich Ist ja jetzt Quatsch wenn du für 15 Minuten hier runter ballerst 10 Minuten hier runter ballerst Ja ja ich muss jetzt Ja ich kann ja mal checken wie lange es noch da oben ist Also das Auto steht hinten auf dem Hof Am Ende von Polana Bin jetzt nur am überlegen Wo ich das hier am besten unterstellen kann Damit es jetzt Ich glaub jetzt auch nicht das ist Sind doch ein paar Leute online Ja ja deswegen Stell die irgendwo ein bisschen in den Wald Wiesen Ja dann stelle ich sie nur so in Schuppen Ja nach Polana muss ich das westlich ne Meine ich Ja Wo war denn Polana noch Ich weiß wo Gorka ist Ach Polana ist unter Gorka Ja ja Alles cool Ich wollte eigentlich nach Gorka aber Aber Ich dachte ich mach da mal einen Zwischenstopp Ich warte auf dich Ja Wo sollst du hier mal verlooten Ja ich wollte ja eben dem Volt erklären wie es funktioniert Der übrigens sein Mikrofon gelootet hat Ich weiß ja nicht was weiß Ist das überhaupt im Game Doch Er ist ein Spiel warum redet der nicht mit uns Wird ja wieder von seiner Freundin verkloppt wahrscheinlich Wird ja wieder von seiner Freundin verkloppt wahrscheinlich Hart und böse Die Frau ist mir langsam echt sympathisch Hey Wake up Ach fuck ey jetzt habe ich schon wieder vergessen im Talkport zu gehen Warum ist denn überhaupt aus dem Channel rausgegangen Ja Nünftig reden Junge Sack Da kam gerade eine Meldung hier irgendwas mit Drop it frames bla bla Wer hat die runtergesetzt ne Achso Ja jetzt sind wir noch auf 720 Achso ja dann Kann das sein glaube ich dass du zwischendurch mal dann Dein Stream ein bisschen pixeliger ist Aber das hatte ich auch schon ganz oft Und man hat davon nichts gesehen Im Nachhinein Matze kommt Alles fit Ja Ja Kurz angebunden heute Ja Nix kommt War los Wieso kurz angebunden Finger ab Hey In letzter Zeit bist du äh Recht unfallfrei würde ich sagen Respekt junger Mann Ich dachte wir haben uns zu meinem Arbeitskollegen jetzt Ui Was passiert Hoffentlich nix stimmt Kommt zur AFK Ja Arbeitskollegen habt ihr von mir An der Schieferplatte Halbarm aufgerissen Angehörigen Hautfetzen Iiii Das ist natürlich Ja ich hab mal deine Beine Meine gute Sache Das lädt ständig hier Wenn sie zuschauen Also ich konnte zuschauen ohne Probleme seitdem Bei dir Bei dir In unserem Internet liegt's nicht jetzt Ne Ne Ich hab mir gesagt 130.000er Leitung Deswegen Ich hab eine 16.000er die noch nicht mehr komplett voll läuft Also Ich hab eine tagesformabhängige Leitung Ähm Also an der Leitung liegt's definitiv nicht Und ich bezweifle dass es an deinem System liegt Aber ich muss sagen das ist nicht viel Zeit versetzt hier ne Da hab ich auch nicht behauptet 30 Sekunden ungefähr Deswegen geb ich ja auch nie Serverpreis auf den ich spiele Freiwillig mach ich das jedenfalls nicht Wenn Bolt in der Nähe ist passiert's halt trotzdem Ne Bolt Was Was denn Das ist der Server auf den ich spiele preisgegeben werden So Was WG-Server zum Beispiel Fick dich Ich spiel ja heute gar nicht auf WG-Server Alter Wurst mir aber grad angezeigt hier Guck Geh an Sieg da an dass du gar nicht auf WG-Server bist Mann 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 Also bei mir gibt's auch schon ein paar Dieben essen Das ist doch schön Heißt Den Truck rein Und fahr nach Zeno Ja musst du gar nicht mehr ganz nach Berenzino fahren Ich lauf gerade siehst du hinter Berenzino Ist doch Ach ne Ach quatsch ich bin in der Straße drüber Ich bin bei Lumbermill die Straße Richtung Guboffgeist Gerade unterwegs Was ist wer denn Lumbermill? Keiner mehr Bist du noch in Lumbermill? Ich bin da kommt mir auch halt einen über Lumbermill Ja ich auch Ey wenn du hier ein Rennen siehst ne Schieß den mal nicht ab Das bin dann wohl ich Ich hab auch immer noch diese hässliche rote Armbände um Also Bolt wo bist du Das macht mir immer Sorge So was Also ich bin hier Also ich An der Baustelle um Ja ok Ich bin nördlich über Berenzino Ich kann auch Berenzino runtergucken Ja dann fahr ich mal in die Richtung Hast du ne Pritsche oder normal? Nur normal Schade wenn wir zu dritt sind Müssen wir Auto abstellen und zu Fuß weiter gehen oder? Ist dir dein Auto wichtiger als wir? Das musst du natürlich entscheiden Ja können wir machen Dann lauf ich mal So nordwestlich an Berenzino vorbei Geil in der Hoffnung Volt zu treffen Dann stößt du ja wahrscheinlich auch nicht Wann auch wenn es Wir haben einen da drauf Der ist Scientology So höke ich mal ein Röntchen jagen Ja ich denke ich werde später auch noch dazu kommen auf jeden Fall Habe ich nachher auch nach Bock drauf Ja gestern kam der zweiten schon mal raus Was kam raus? Nochmal ein Patch Gehts jetzt? Oder hast du noch nicht ausprobiert? Also hier mit vier Schwellen und so So ging es Aber mir ging es ja sowieso ohne Probleme Dave und du hatten so Probleme Das hatten alle die Probleme Ne ich nicht Ich habe doch die letzten Tage gespielt Ich habe ja sogar Videos aufgenommen Und so Ohne Probleme Wobei ich glaube ihr habt ein bisschen mehr gezockt als ich Das war eine Wochenende letztes Wochenende Ah nein du warst unten rechts oder? Ne mit euch habe ich doch gespielt Mit dir sowieso eigentlich immer Und Dave war ja zwischendurch auch dabei Manchmal sogar Ron Also jetzt erzähl mir doch nichts Willst du dir sagen ich bin doof oder was? Ja Ja Schloch ey Ich renne hier gerade voll frei übers Feld Das ist auch noch ein bisschen unten Oh was gibt es denn hier für Paket? Ich bin bei den Stromleitungen, Bolt und Du? Ja 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 bitte Ich bin bei den Stromleitungen und wo bist du? Du sagst mal gucken Ich bin der oberhalb von der Baustelle immer noch Ich wollte nur gucken wie mein Chat fällt da gar nicht auf Die bei mir im Twitch jetzt zugucken ob ich den Namen da sehe Oder wie ich das schon gesagt Ich habe jetzt so eine Taste gedrückt Kann ich so ein Clan-Logo einfügen und da steht jetzt Xplit zu mitten im Bild Naja dafür musst du halt Geld bezahlen bei Xplit Um das zu nutzen Jetzt habe ich dir aber schon gesagt Also muss ich das wieder wegmachen Ja Weil ansonsten könntest du auch mit höhere Qualität streamen Und dann hättest du halt das Wasserzeichen Und wenn du jetzt das Wasserzeichen von denen drin hast oder das ganze Logo Dann ist ja egal, das will ich mal wegmachen Äh sorry Laus Will ich nach Dubrovka fahren? Boah wenn du nach Dubrovka fahren würdest Das wäre voll geil von dir Na klar Oh ich will noch Channel weiter machen Jo Bis später Bis später Jetzt die Abwege verpasst Ja Ist nicht so schlimm Ich schrei wenn ich dich höre Mir gefällt das nicht mit dem Namen Kann ich den ändern Heno? Das stimmt Ja ich habe meinen auf jeden Fall auch schon mal geändert Müssen wir mal gucken Bei Indubrovka So So Jetzt noch ein hier verläuft die tastatur geascht bisschen gebraucht ja ich bin noch zwischen lambomel und gebraucht ich sprinte halt so ungern wenn ihr die straße mal lang fahren die straße nach lambomel dann solltet ich auf jeden fall hören ich bin jetzt gleich bei diesem hexenhäuschen wie ihr es nehmt ich bin schon auf der höhe im busch ich schaue da mal kurz rein das ist mir jetzt schon vor also wenn du die straße nach lambomel direkt gefahren bist also von dobrovka aus dann links abgebogen bist aber nicht ganz links also mitte links solltest du die straße nach lambomel fahren problemlos und ich sollte man blinkt auf dem tablet meine karte aktualisieren weil zum beispiel das sommercamp hier noch gar nicht eingetragen oder wenn ich jetzt total falsch hier eigentlich nicht ich kann meinen namen nicht ändern doch das geht irgendwie habe ich auch gemacht ich habe es gerade gemacht und dann steht da vielleicht dauert das im moment ändert deinen namen habe ich geändert und es steht immer noch gehalten da ja vielleicht musst du dann auch mal alles neu starten oder so oder vielleicht dauert das im moment dass sie überprüfen dass du dann gegen einen scheiß stehen hast keine ahnung das update your display name e-mail and close while total total tschuldigung untertitel eigentlich nicht da oben da muss doch hier die straße sein da ist doch der moment wieso endet die straße hier Ach, Mann, ey. Ich bin schon wieder verwirrt. Ich sollte echt mal meine Karte aktualisieren hier. Bitte? Bisschen Keim. Du bist in Kelm? Ey, da bist du ja... Ich bin, äh, südlich. Nein, ich bin nicht in Kelm. Südlich die Straße. Ich bin Doppropka und Lammbommel. Wie kommst du auf die, dass ich in Kelm bin? Ich hab jetzt gesagt, wenn die Straße endet, darf ich irgendwann gesagt. Dann mach mal keinen Scheiß. Nein. Nein. So sehr kann doch nicht mal ich mich verlatschen. Na. Nee, hier ist... Nee, 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 nee. Alles gut, da hinten geht die Straße weiter. Hier ist ein neues Sommercamp. Also hier ist ein Sommercamp. Das habe ich noch nicht auf meiner Karte auf dem Tablet angezeigt. Und deswegen war ich jetzt gerade ein bisschen durcheinander. Wo ist das Sommercamp? Ja, da wo ich dachte, dass das Hexen... Also ich bin eigentlich jetzt kurz vor Doppropka. Bleib einfach in Doppropka und komm da hin. Aber ich bin nämlich jetzt schon in Lammbommel. Nein. Echt jetzt? Ja, ich sehe hier so schönes Schulgebäude. Scheiße. Scheiße, die Straße geht hier doch nicht weiter. Oh-oh. Ich glaub, du könntest... Du hast bestimmt recht. Scheiße. Ich fahr doch mal den Berg da hoch. Ist jetzt nicht wahr, ey. Ich bin gleich zum Gehen. Oh-oh-oh-oh-oh. Auf einmal taucht das Zaun auf. Ich bin da fast total reingerauscht. Ich aktualisiere jetzt meine Karte. Das geht ja gar nicht, ey. Ich nicht mehr weiß, wo ich bin. Das ist ganz nah bei mir. Dann ist das... Pass auf. Ich komm jetzt hier hoch. Und jetzt ist das Sommer. Ja, ich sehe das. Ich wollte noch nie... Ah ja. Aber hier ist auch nichts los. Dann geht's nicht mehr. Ja. Oh, das ist schön gekommen, oder? Ja, kann man machen. Das ist schon mal weit bei Saal. Eier. Das ist ja schon, dass du gemacht hast. Ja. Ich hatte schon machen sollen, hast du angefahren nach meinem Bus. Habe ich aber nicht. Gehenst du nach Dubrov? Du alter Hippie, schneid dir mal die Haare und wasch die. Die sind schon ganz grün angelaufen. Hängen die auf den Schultern. Bitte, was? Jetzt direkt nach Dubrov fahren. Oder weiter nach Gorka? Ja. Wir können auch weiter nach Gorka fahren, wenn du schon Dubrovka warst. Bolt ist gerade eh nicht da. Den kenne ich notfalls gleich. Ich bin da. Aber nicht im Game. Deswegen kann ich notfalls, wenn du essen gehst, in 20 Minuten oder 25 Minuten, hol ich den dann ab und fahre dann schon mal zum Treffpunkt. Und dann laufen wir weiter. Machen die Kleinen bestimmt eigentlich was. Und ich bin mal einfach bei allem hängen geblieben. Ja dann fahr doch einfach nicht da drüber. Bitte. Also ich aktualise jetzt auch gerade noch die Karte auf dem Tablet, während wir hier Auto fahren. Um gleich nicht mehr die Garte wieder im Dunkel zu stehen. Das wäre mir wirklich so nicht passieren. Verdammt. Ich bin übrigens unzufrieden mit meiner Hose. Nur so zur Info. Ich will meine Hose tun. Wenn ich da jetzt mal so vom Laden drauf gucke. Kann ich deine Hose haben? Wohl nicht, oder? Du leckst ganz schön. Ich verstehe dich kaum. Ja, das ist zwar, wenn wir im LKW sitzen. Ich rede dann später mit dir. Ich habe 50 Frames LKW, aber es läuft trotzdem mit flüssig. Du kannst deinen Profilnamen nicht ändern, nur kurz einen kleinen Schreiben. Was ist denn das bitte schrittliche Scheiße? Ähm. Ja. Hast du irgendwelche Sonderzeichen da drin, die nicht gehen oder so? Nein. Ich kann meinen Namen nicht ändern. Ich hole mir nochmal jetzt schnell was zu trinken und guck gleich wieder. Nur große Kleinschreibung kannst du verändern, wer nicht. Eben. Ich bin die andere Seite, das wäre schön schön. Ich bin die andere Seite. Ist das noch auf? Jaja, jetzt wieder. Ist dann schon viel besser. Okay, deswegen bin ich sicher, wie ich fahren muss. Wo sind wir denn? Ich hab jetzt nicht drauf geachtet. Stopp! Weiter! Moment, das war ein Gebovgar. Wir sind jetzt in Gebovgar. Genau, wir sind da jetzt durch. Ah ja, einmal rechts und dann wieder rechts. Fast. Wo wollten wir noch mal hin? Ich hab jetzt gedacht, noch ein Gebovgar. Na, was? Neukar. Neukar. Das wäre dann aber nach links und nach rechts gewesen. Nicht rechts, rechts. Rechts, rechts wäre zurück. Das ist ja links, rechts, links. Links, rechts, rechts. Achso, du bist schon durch den Borchard durch oder was? Dann ist es natürlich wirklich rechts, rechts. Dann hast du ja recht. Ist ja gut. Bei der T-Kreuzung halt recht. Wenn wir richtig fahren müssen, bei der T-Kreuzung. Straight, rechts haben. Ja, ne. Bist du sicher, dass wir richtig fahren? Ich glaube. Ja, ich glaube. Ja, ja. Jetzt rechts. Ja, genau. Ich bin halt ein alter Mann und muss sowas gut sich fahren. Ja. Boah, gar schön. Boah, immer hier hinten, oder? Ja, sicher da. Wo? Ich sag dir mal, dieses Werk hingeschrieben. Muss mir jetzt einer schreiben. Boah. 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 Ich weiß jetzt übrigens, warum mein System grad so am abschmieren war im LKW. Ich hatte im Hintergrund noch meinen Stream laufen, das war dann doch ein bisschen zu klicken, meine Leitung. Ich mich verjagt. Darf ich das Bier trinken, das hier liegt? Du hast wieder Schnaus erkochen. Ja ne, ich trink doch. Darf ich die Purify Tabletten haben? Ich hab nur noch zwei. Cool, danke. Ja. Darf ich das Rope mitnehmen? Wenn wir, falls ich mal jemanden fesseln muss. Nein. Ja, klar. Aber du brauchst auch noch Platz, ich hab noch hier einen Kaschanskop für dich. Ach ja, das stimmt. Ich hab noch ein Bier, das trink ich aus. Ich stauf mir Platz, keine Sorge. Hier ist noch was drin. Oh, ist ja, komm, ich nehm den ganzen Teddy mit, ist ja Herz allerliebst. Ja. Wo ist das Scope? Was sind das für kleine Namen oben rechts? Namen? Oben links? Ja. Was hast du da? Was hast du da? Da steht Grissi und Laus, sehe ich da immer die Namen in der Ecke. Bei mir, bei meinem Stream. Ja, ja. Das ist wer im Teamspeak spricht. Ja, ja. Wie kann man das einstellen? Das ist ein anderes Programm. Das ist ein Plugin für Teamspeak 3. Wie heißt das? Ähm, TS Overview. Glaube ich. Das schmeiß ich nicht. Ah, ich hab ja auch was für dich. Hier, bitteschön. Schon hab ich Platz. Ich kann immer nur eins aufnehmen davon. Was ist da los? Wieso? Was meinst du denn? Wovon redest du? Ich hab dir Munition dahin gelegt. Einmal. Ja, zwei oder ein? Einmal, okay. Einmal. Aber ich hab's jetzt im Inventar und da liegt noch ein Packen. Ja, das ist Buggy manchmal. Boah, hier wieder voll am dupen, hey. Am dupen. Abend-Boltinator. Der Chat ist auch verdammt verzückt. Wieso hab ich denn jetzt gar keinen Scope drauf? Ich hab das gerade draufgezogen. Ja, bei mir scheint's drauf. Ich hab's auch im Inventar drauf. Hä? Was ist denn das jetzt, Alter? Wenn ich jetzt das Vorne wieder drauf packe? Das geht gar nicht. Was ist denn hier schon wieder los? Ich hab auch noch eins im Inventar. Ja, das Pristine liegt da auch noch irgendwie auf dem Boden. Angeblich. So, jetzt liegt das Vorne auf dem Boden. Ich tausche das mal aus. Nimm das. Ne, warte, jetzt hab ich... Das da, das da, das da. Jetzt muss... Jetzt geht's. Dankeschön. Meine Herren. Das ist aber schwere Geburt, Daisy, ey. Das ist ja eine schwere Geburt, Daisy, ey. Ähm, dann drück mal... Dann drück mal... Ich weiß nicht, wie musst du... Deine Tastenbelegung... Ich weiß nicht, wo du frei... Äh, freie Umsicht. Weil du drehst halt die ganze Zeit deinen Kopf. Bei mir ist es... Alt. Drück mal... Zweimal hintereinander alt. Das ist also... Doppelklick auf Alt. Ah. Den solltest du wieder stehen. Du kannst nämlich ganz toll, wenn du läufst, dich so umschauen. Ich weiß nicht, ob du's wusstest. Kannst du halt, ohne dich die ganze Zeit selber drehen zu müssen, einfach nach links und nach rechts schauen. Ach so. Ja, aber das und das Tockeln, das wusste ich nicht. Ja. Ja. Ehm. Den Strg kann man auch Tockeln. Aber Shift nicht. Doof. Doof. Ja, dafür gibt's dann ähm, den guten alten Trick, der... Also bei mir ist es ne alte SIM-Karte, die ich dann einfach in die Taste reinklemmen. Dann läuft der automatisch. Haha. Erstemaise. Die Wandertaste, sozusagen. sagen wenn man wie ich auch viel hunter spielt dann hast du auch dieses siehst du bei vielen von den bgs leuten wenn die dann die ganze weile laufen und dann auf einmal so laufen so weißt du so dann sind jetzt nicht gewohnt auf kuh einfach dauer laufen anzudrücken danach laufen dann schon permanent weil sie dann irgendwie so wie ich jetzt die sim karte rein klemmten brauchst du nur noch steuern und kannst nebenbei direkt bedrehen oder sonst was machen wo es nicht mehr darauf eingehen so um ist es der plan muss eigentlich erst mal essen oder was und nach viertelstunde hattest du auch schon abgelootet ja denn mal los gehüttelt dann machen wir es nämlich so dann nutzen wir jetzt hier bis zu futter aus und bald sagt bescheid wenn er wieder mitspielen will und dann hole ich bald ab und treffen uns wieder hier in borka und dann geht die reisegruppe wieder auf tour ich hänge am sound fest das war ja ein geiler bug und wieder zurück zum sound was ist hier los ich werde alt ich mache mir das tor auf kann das sein dass der server abschmiert nicht mehr ich guck mal dass ich das die überlegte wenn ihn kriegt und dann ich möchte die hier schon gedacht dass du das benutzt das ist ja nun nicht erst seit gestern auf dem markt ich hätte gedacht dass du das schon nutzt das ist ja nun mal nicht erst seit gestern auf dem markt ich hab das noch nie gesehen das ist halt ganz praktisch und dann hast du halt während du spielst einblendung wer den server oder zumindest dein channel betritt und ähm ich muss hier TS3 neu starten ja mach das mal ich zieh dich dann wieder rein und so das ist ein plugin für ähm TeamSpeak 3 wenn du meine videos anguckst wenn du meine videos anguckst dann siehst du ja immer oben links den Namen eingeblendet wer gerade redet oder wer jetzt wie jetzt ein server hat beziehungsweise der channel verlässt und betritt und das ist halt ganz praktisch du weißt ja auch wer gerade mit dir redet wenn du die Leute nicht unbedingt kennst und wir haben ja hier nicht nur WGS Spieler im TeamSpeak sondern auch immer mal Gäste und dann ja weil ich hab halt auch mit der Stimme die Leute auseinander zu halten ja das ist halt echt praktisch ja gut meine Stimme ist unverkennbar hört sich an wie 15 ist aber 30 und so das Leben ist ein Arscher ähm wo bist du eigentlich? du mutest ne? die klingt nicht wie 15 nein das war der Scheuer das war ja auch genau das was ich jetzt hören wollte hehehe aber sie hört sich auch nicht unbedingt an wie 30 äh jetzt hättest du sagen müssen doch männlich und tief rau ja rau ein bisschen mit der ganzen Raucherei ja das schon äh ja ich bin hier hinten raus aus dem Backsteinhaus ja ja ich bin jetzt beim Klavierhaus bei der großen Scheune Richtung Polizeistation die Straße hoch da liegt noch ne Taschenlamm da muss ich mal gucken ist Polizeistation was? kannst du gerne mal gucken gehen MP3, OM, Buds, Thomas hehehe stimmt du suchst da ja noch ein bisschen was nur jawohl ich glaub den gibt es nicht mehr ich hab ja noch ein sehr gut auf Polizei oder weg weg da mal Gorkahelm aus Gorka Gorkahelm aus Gorka ein Gorkahelm aus Gorka weißt du bescheid und 1911er Magazin irgendwo hab ich ja auch nicht liegen gesehen ich weiß aber nicht mehr Warnkopf woanders Kann man warten, bleibt es mal unten Bist du schon bei der Policestation? Jetzt davor Hast du das Polizeiauto hier auf der Straße gelootet? Ja, ich habe da reingeguckt, wenn sie ein Elfer-Magazin, Fahr-Car-Helm Wo ist denn Amor hier aus dem Auto vor der Policestation rausgeholt? Ja, ich bin jetzt mal bei dem Polizeiauto rechts gelaufen Wenn du die Police übernimmst, übernehme ich mal den Rest vom Dorf Hier stehen aber übrigens auch die Türen offen, ne? Na gut, der Server ist aber auch so viel leer Am Wochenende bin ich gar nicht da Aber irgendwann die Tage mal wieder Bock auf so eine Private-Geschichte Auf den Private-Channel gehen Sich ein bisschen mit Waffen hochlooten und dann schön PvP machen Verlierst du halt nix im Public Äh, als Charakter Wobei mir das auch egal ist Jeder Tod ist ein Neuanfang Muss man ja auch so sein Ich habe auch nicht behauptet, dass ich gut bin Wie bitte? Ich sage, ich habe auch nicht behauptet, gut zu sein Ne, aber du hast doch auch gutes Equip Ja, klar Sterben wäre jetzt schon blöd Aber auch kein Weltuntergang Aber ich sterbe natürlich ungern So geht es mir auch Ich versuche eigentlich auch immer zu verhindern Ist ja auch in so einem Surviving-Game Sinn des Spiels Zu versuchen zu überleben Ja Ja Man kann dieses Spiel so geil teilweise spielen Spauld eigentlich schon wieder da Spauld eigentlich schon wieder da Spauld eigentlich schon wieder da Das Häkchen, ja wie soll ich das sagen Ich sehe keinen und kann hier auch nix reinschreiben in den Channel Äh, ähm Zum Beispiel über Stream Ja Äh, Steam meine ich Ja Ja hier, was wollte ich sagen Ich habe jetzt das Häkchen reingeklickt bei Plugin, ne Nachdem ich es runtergeladen habe Ja Sonst startest du dann auch erst bei dein Computer neu und dann geht es mir los Dann habe ich ja gerade Okay Komplett Oder erst nachdem ich das Häkchen gemacht habe Weil ich müsste ja jetzt Müsst ihr jetzt sehen hier und wegen quatschen Oder muss ich das erst einstellen? Ich weiß nicht was du da einstellen musst, aber eigentlich siehst du von Anfang an schon mal Äh Wer quatscht Muss das dann halt mit der Goals so her einstellen Von der Transparenz und so Aber Na Popup steht hier und es sind überall die Die vier Häkchen drin Wenn du das Plugin installiert hast und es funktioniert auch Dann äh Oh mein FPS stürzt rein Dann läuft das auch von Anfang an eigentlich Das ist aber auch so ein bisschen laggy Ich habe es auch schon gehabt, dass es da mal nicht funktioniert hat Aber so in letzter Zeit läuft es eigentlich problemlos Boah was ist denn hier los ey Da lief die ganze Zeit so gut mit den Frames ne Und jetzt ist hier schon wieder Kacke am Dumpen Was ist das denn? Was ist das denn? Okay Ja Da äh Etwas ist das denn? Dann hast du Kacke am Dumpen war auch kein einziger und ich habe auch schon wieder keine bananen gefunden bis jetzt noch beim klavierhaus die in bewegung bleiben und so ich bin eigentlich ich bin im gewächshaus ich bin bei der polizeistation in der nähe jetzt beleckte ein kirchen user disconnected from your channel auch kommen wollt was soll denn das muss immer wieder raus haben um ihn rein zu holen jetzt bin ich bei dem beim tierarzt du warst das mit der das tierarzt getauft hat wie bitte warst du das nicht der das auch tierarzt getauft hat ja ne irgendjemand hat man was genauer das wird dann halt so im kopf hingeblieben tierarzt ich finde es auch einfach ganz lustig ja wobei das mit dem poster an der wand nicht so ganz passt aber egal was ist das eigentlich für bilder es ist ja schon null positiv ah mein efi stick könnte ich mal wieder mitnehmen ich habe meinen letzten verbrauch weil ich dann irgendwann mal gemerkt habe dass die ganze zeit diese komische meldung die ich da gekriegt habe die meldung war dass ich mein bein im lg ist ein pain war da muss man den morfen stick nehmen ja den meine ich doch was habe ich gesagt habe ich was anderes erzählt wieder ich habe doch der ep nee die dinger nehme ich nicht mit ja ich habe sie dabei schon für pp gesammelt aber ich lege noch mal auf dem stick falls du auch einen brauchst oh ich habe zwei achso dann brauchst du aber keinen warte und die bank gut ohne 10 das war doch bestimmt gold der wieder rein möchte die 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 mann was denn los junge keine Ahnung der Kack geht nicht und ich bin direkt auf der CS3 Seite GmbH der Kack geht nicht der Kaffee tun wir leid da hab ich auch gar nicht keine Ahnung von ich bin darauf gekommen durch das hat glaube ich war das ja mein eigenes Spiel das habe ich nicht für eine Bemerkung sind schon Prozent für den Arsch oder weißt du es ja sie die 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 weil diese leeren märkte und supermärkte total sinnvoll sind ja hier trotzdem nur wasser da hätte ich jetzt die beiden bier noch dann würde ich jetzt ein ausgeben ja ich glaube das war das größte blieb das hier läuft halt nach einem jahr einfach ab ich will es trotzdem aufmachen und trinken außerdem weiß ja nicht wie lange die apokalypse schon anläuft gleich läuft ja erst seit Monat denn Whisky wird nicht schlecht der Whisky habe ich in einem Spieler nicht gefunden er weiß ja es soll klappen weil ich das alles geboten habe die der Schnaps Dealer du hast die ganzen Ölfässer damit Öl deswegen finden wir auch keine Festung richtig ich finde es extrem streng hier wenn das nicht so klappt wie ich das will kann ich eh schon nachvollziehen das fällt mir dann auch um alles nicht waren wir da schon drin ne oder aber das sind noch Autos zivile wirklich für das auch das Gute ist man kann sich hier glaube ich recht frei bewegen weil es sind kaum Leute auf dem Server was haben wir hier war noch jemand ein Dosenöffner ah ich habe einen seit Anfang an der ist immer noch 10 oder ne Pumpgun was ist das für eine ich habe es jetzt nicht gesehen liegt die Jacke drauf aber ich würde sagen diese MP113 oder wie sie heißt das ist ich komme ich nicht über die Zäune ich mache die mit dem Fischdruck ja ne die nicht äh ah die ne die meine ich nicht na ich kann nochmal nicht versuchen direkt nach die Brötchen holen man weiß schon dass man eher um halb sie morgens zum Bäcker geht und nicht um halb sieben abends na ne viel Spaß was er hat noch offen bis im 8 oh ich glaube ich habe ein Zombie gehört oder warst du das wenn ich die Tür auf mache nüsch 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 los. Ich kann die ganze Zeit im Himmel gucken, dann habe ich die 50. Oh ja, es funktioniert super. Ja, das ist so blöd, wenn man dann über den Haufen geschossen wird, wenn man wie Hans guckt, in die Luft durch die Waller unten läuft. Der Fürsten mit 60 Frame, wie das Blut aus einem rausschießt. Nur mit 20. Ja, coole Sache eigentlich. Ähm, nein. Musst du nicht langsam essen, Digga? Ja. Mit demnächst auslocken. Ich glaube, wir sind da soweit durch, ne? Ja. Wohle ich dich dann, äh, treffen wir uns dann wieder hier, oder was? Oder wie, oder wo? Keine Haufen noch. Ja, kann man machen. Das ist so, da können wir schon weiterspielen, dann. Ist Paul eigentlich jetzt auch das, ähm, TeamSpeak-Channel, oder ist er schon rausgegangen, ich muss ihn nachholen? Ich bin noch da, ich bin noch nicht da weg. Kommst du nochmal wieder ins Spiel, oder eher nicht? Ja, danach, ich muss erst mal schnell Brötchen holen. Ach ja, stimmt, da war ja was, entschuldige bitte. Ich vergaß. Toll, was mach ich denn jetzt hier die ganze Zeit alleine? Ich könnte natürlich auch mal eben was essen, ne? Muss ich das nicht nach euch machen? Macht nicht Sinn. Hast du hier ne Leuchtrakete angezündet? Aus? Die hab ich, die hab ich rein geworfen. So. Ich dachte, du bist vielleicht da auch noch. Ja, jetzt bin ich da gerade angekommen. Ich dachte erst mal, ich lock mich hier gechillt aus und krieg dann auf einmal einen Puls von 180. Ja, ich hab die ja zur Police Station. Ja, schon mal rückgeschmissen vom Dach. Ja, okay.